Manchmal sind meine Nerven hauchzart. Und dann knallt's zu Hause. Dann bin ich nicht mehr pädagogisch korrekt, dann bin ich nur noch Mensch und Mama. Kurze Zeit später ein Mensch und eine Mama mit richtig schlechtem Gewissen und dem festen Willen, es das nächste Mal besser zu machen. Aber ich bin ja in bester Gesellschaft. Neulich abends las ich mit den Kindern die Geschichte von Noah und wie es zum Bau der Arche kam. Und während ich so las, dachte ich, das ist ja wieder Heim. Eine ungezogene Brut, die ständig macht, was sie will, aber nicht das, was sie soll, die sich an keine Regeln hält und wo es dann auch schließlich ordentlich knallt. Und zwar so knallt, dass Gott der Herr Tabula Rasa also reinen Tisch machen will. Alle weg, Regen satt. Weg mit dem missratenen Pack. Nur Noah und Familie darf mit. Die waren artig. Und so wie ich hat's den lieben Gott auch geräut, so kurz danach. Auch hier gab's das Versprechen, das mach ich nie wieder. Jetzt will ich mich natürlich nicht mit Gott vergleichen. Aber ich finde, es nimmt einem doch einen gehörigen, erzieherischen Druck raus, wenn man sieht, andere machen's auch nicht besser. Selbst der Herrgott persönlich. Mit großer Wut, Zerstörung und Wiedergutmachen. Wie daheim eben. Nix mit Kuschelpädagogik, sondern sehr menschlich. Mit meinen Kindern habe ich lange über diese Geschichte geplaudert. Über Zorn und wie er verraucht und über Regenbögen als Versöhnung. Und über die Geschichte, dass Gott die Menschen, auch wenn's mal knallt, eigentlich immer und immer noch lieb hat. Wie auch die Mama. Trotz allem.